Wir haben wieder ein paar Ersatzreifen zur Verfügung, auch nicht schlecht. Klar, man muss immer sehen, wo man bleibt, oder? Oh, das tut weh. Der Kameramann, den hat's erwischt, oder, Judith? Ja, ich befürchte, er wird jetzt demnächst die Arbeitsverweigerung proben. Aber der kämpft sich raus, ja, mit viel, viel Gas. Und so werden...